Aachener Tollitäten, schnallt euch an! Hier ist das Jächste Taxi Aachens. Hier ist das Jekko Mio ID-Bars Prinzentaxi. Präsentiert von der Jakobsgruppe. Du sagst mir, wann das losgeht, ne? Wir filmen schon. Liebe Melanie, wo darf ich dich denn heute hinbringen? Ja Daniel, du darfst mich zu Jekko Mio an den Hexenhof bringen. Ja, sehr gerne doch. Danke, dass du mich abgeholt hast. Ja, selbstverständlich. Dafür haben wir ja unser Autohaus Jakobs Prinzentaxi. Ja, perfekt. Liebe Melanie, jetzt bist du endlich proklamiert worden und wie ist es jetzt für dich so? Ja, erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass wir wieder feiern dürfen und dass es so losgeht. Ich freue mich auch. Ich finde es Wahnsinn, dass die Leute alle so mitfeiern und dass so viele da sind und einen unterstützen. Und mir liegt halt auch sehr viel am Karneval. Ja Melanie, ihr habt natürlich auch eine CD und einige Lieder am Start, denke ich mal. Ja. Wollen wir einmal ganz kurz ein Lied reinhören und vielleicht präsentierst du uns das einfach mal? Oh ja, sehr gerne. Dann würde ich sagen, Lied ab. Wie war das noch gestern? Wer war ich noch gestern? Die Antwort weiß nur Brand, weiß nur Brand. Ist das noch die selbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren geh? Ist das noch der Ortsteilbrand, den ich im Licht der Sterne glitzern seh? Bin ich wirklich keine Fremde? Bin ich wirklich keine Fremde? Ist es wirklich keine Fantasie? Mir erscheint die ganze Welt verrückt, denn ich bin glücklich wie noch nie. Eine neue R-Reis wie ein neues Leben. Na, 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 na. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Bis dato haben wir immer nur im Studio ein jäckes Alarv gehört. Magst du das einfach mal hier, also ich finde hier in meinem gemütlichen kleinen Taxi, könnte man das ruhig auch mal machen, oder? Ja, na klar. Bitte. Ja, dann ruft mit mir aus, lieber Daniel, auf unser Jekomio TV. Einmal dreifach kräftiges Jekomio. Alarv. Brand. Alarv. Volkswagen Zentrum. Alarv. So, liebe Melanie, jetzt kurz vorm Jekomio Studio, wo wir dich auf jeden Fall gleich weiter mit Fragen löchern werden, vielleicht auch zu deinem Zepter und generell zu deinem Ornat. Möchtest du einfach vielleicht nochmal die Brander grüßen oder ein jäckes Grußwort nochmal in die Kamera sprechen? Ja, sehr gerne. Ja, liebe Jäcken in der Region, lieber Brander, genießt jeden Moment, feiert Karneval und lebt und fühlt den Rhythmus. Viel Spaß im Fastelorwind und wir werden uns mit Sicherheit sehen.